Oh mein Gott, war der schlecht. Ein Welle, du bist gegen ihn gestorben. Der war einfach Baba, also Lederrüstung bis auf Schuhe, die waren Dia, verzaubertes Dia-Schwert. Und ich hab ihn mit Holzschwert und Lederrüstung auf 300 Läden gebrochen. Hey Leute, wusstet ihr schon? Wir sind Premium. Das kommt auf jeden Fall aus Intrunk geschnitten, Alter. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minicraft Indie Games 22 mit dem Torben. Mit dem Flo. Und Torben ist Hashtag abgehoben. Äh, weil... Leute, guckt euch seinen Namen an. Torben ist Premium. Und jetzt guckt euch meinen Namen an. Ich bin auch Premium. Juuu, und jetzt guckt euch meinen Namen an. Flo ist kein Premium. Geilo! Also an dieser Stelle, ihr werdet es wahrscheinlich schon durch Bettlos gefahren haben, aber an dieser Stelle nochmal Danke an's GOMMATI.net Team, dass wir uns einen Monat schon mal Premium sponsern konnten. Dem Flo holen wir natürlich auch Premium. Ähm, Hashtag YouTube-Money. Und dann beeilt ihr euch noch ein bisschen mit den Abonnieren, dann können wir auch für immer Premium haben. Macht jetzt! Und dann, Leute, wenn ich es schaffe, dann bringe ich ab jetzt auch jeden Tag eine Folge Endergames um 16 Uhr. Ähm, hatte ich auch schon unter eine Folge geschrieben. Einen schönen Kommentar, der auch auf Google Post geteilt wurde. Von mir. Ähm, und es ist so geil, alter Leute. Wir können jetzt auch regelmäßig Bettwurst zu dritt locker bringen. Weil wir einfach in jede Wunde reinkommen. Tobi? Ja? Ich habe mir außerdem das Känguru-Kit ausgewählt. Also ich habe mir gar kein Kit ausgewählt und wurde Känguru. Was sagst du dazu? Ach, hast du es gekauft? Ja, das ist schon lange. Das ist schon lange. Haha, ich habe dir den Labeheimer gestreckt. Äh, ja, und dafür habe ich vier Dias und sechs Eisen. Oh, ich habe drei Eisen. Und ich bin an der nächsten Kiste, habe jetzt acht Dias. Oh, goldener Apfel, was ist ein Labeheimer? Alter, ey, alter Tom, Tom, wenn du mich trackst, track macht kurz. Nee, ich habe leider keine Zeit. Boah, das ist so geil. Ja, alles ruhig. Äh, nee, der Name ist immer orange. Ja, der Name ist immer auch ruhig, oder? Äh, nein. Jedenfalls track ich dann, dann track ich ein Premium. Ja, dann habe ich gerade auch noch. Der ist nämlich nicht orange. Nee, ja, stimmt, stimmt. Jetzt zocke ich, äh, track ich nur ein Ding. Jetzt zocke ich auch doch. Boah, ich brauche noch zwei Diamanten, dann können wir... Äh, ich bin natürlich Zielsucher, Leute. Ja, das kann ich nicht. Okay, dann brauche ich... Nein, ich bin in eine Schlacht gefallen. Ja, also der Flug geht natürlich auch Premium, dann können wir alles zu dritt machen. Ja, und Torben ist Hashtag abgehoben, Leute. Ja. Müsst ihr euch merken. Also, die auf unserem TS eigentlich noch? Die Lobby? Nein, habe ich gelöscht. Oh. Fand ich ein bisschen unlustig, insgesamt so. Also, ich nicht. Äh, wir gehen uns wieder aus dem Weg, ne? Hallo? Also, always the same procedure as every year, James. Ich zocke viel zu viel CSGO und bieb Schalzi in Minecraft. Das ist natürlich richtig. Das ist ein großes Problem. Aber ich habe schon wieder einen gekillt. Jetzt tricke ich einen Premium. Ja, das bin ich. So wird's gut. Tobi einfach richtig am angeben damit. Ne, ich meine eher durchs Gesinger, aber das angeben auch. Ach so. Also, beides. Jetzt sind wir Premium, Tobi, und jetzt ist es gut. Alle haben es verstanden, glaube ich. Ey, Leute, wusstet ihr? Wir sind Premium. Lol, hier ist ja einer. Jetzt sind wir sogar dreifach Premium. Er hat sich einfach... Er war einfach One-Hit drin. Ey, Tobi, welche Folge ist heute rausgekommen? Hmm, 16, glaube ich. Oh, dann dauert es ja gar nicht mehr so urlange, bis die Folge rauskommt. Ne, Alter. Alter. Alter, der Kängurus nächt sich einfach jede Kiste. Das ist richtig cool. Ja, ne? Und ich habe bis jetzt nur eine Kiste gefunden. Oh, ich habe... Alter, ich finde leider keine zwei Dias mehr, sonst hätte ich Dias gespielt. Oh, ne, hier ist ein Gegner. Ja, ich weiß. Oh, ne, der ist besser equippt, hat Dias-Schwert, und ich bin deswegen tot. Aber ich habe so eine gute... Ich habe mich so gut gewehrt, der hat nur noch dreieinhalb Herzen. Ach, du Scheiße, war der schlecht. Sehr gut. Oh, mein Gott, war der schlecht. Ein Wellen, du bist gegen den gestorben. Der war einfach Barbar, also Lederrüstung, bis auf Schuhe, die waren Dias. Verzaubertes Dias-Schwert. Und ich habe ihn mit Holzschwert und Lederrüstung auf dreieinhalb Herzen gelegt. Hey, Leute, wusstet ihr schon? Wir sind Premium. Das kommt auf jeden Fall vor das Intro aufgeschnitten, Alter. Mute mal eben den Tobi, ähm... Ja, ich schneide die Folgen jetzt übrigens ein bisschen anders, ne? Oh, der hat mir ja richtig mit Schuhe... Habt ihr das noch nicht bemerkt? Tom, soll ich dir helfen? Ja, wäre gerade sehr orsend. Tobi, ich habe gerade jetzt ein kleines Problem. Okay, nee, habe ich doch nicht. Alles gut, ich bin ein Land. Und ich bin Känguru, ich hüpf weg. Aua! Alter, ging die Runde schnell. Ich bin besser equipped als derer, aber... Ich brauche zwei, hier, jetzt kommt schon! Da, Kisse! Nein! Ich bin sehr afraid of him, because... I was going for another type, and I was changed, because I'm awesome and I'm premium! Oh, Jürgen, der kann jetzt mal seine Fresse halten, ey. Mann, Alter, feiert das doch! Warum haben wir schon nichts Premium bekommen, ey? Ja, ne? Denk ich mir, oh Gott! Ja, das wäre ja unlustig. Oh. Weißt du, ich habe es viel mehr verdient. Der Flo lädt ja keine Videos hoch. Töten! Ja, wir haben das Programm gerade kaputt. Oh, oh, oh! Nein! Ich will doch nur Dias! Dahin ist ja einer. Tobi, kill dich mal bitte. Ich such Dias. Hä, wo? Wo ist der? Ja, hier vorne und der läuft hier rum. Ich habe solche Kills nicht. Hä, in die Richtung, wo du bist? Okay, einen habe ich schon mal. Hä? Wo bist du denn? Ja, mir hat keine Ahnung, ist mir jetzt auch relativ egal. Ich such jetzt weiter Dias. Ich bin einfach... Kills jucken mich einfach überhaupt. Oh, ich wurde getauscht. Ich bin generell gegen die Methoden, äh, gegen solche Methoden, andere Spieler zu töten und denen den Spielspaß wegzunehmen. Tobi ist für den Frieden. Tobi ist für den Hashtag. Groben. Warum ist hier keine Kiste mehr? Ist das in Ordnung? Als Känguru-Flei verliert man natürlich viel Hunger, aber es hält sich doch noch in Grenzen. Ich hätte gedacht, das wäre schlimmer. Tobi, ich habe hier wieder einen getötet. Ja, weiß ich. Aber ich finde einfach keinen letzten Dia, ey. Das ist ja echt... Oh! Los! Sag bitte, wenn du getauscht wirst. Puh, geschafft. Jetzt warte ich noch, bis ich getauscht wurde und dann mache ich's. Dann tue ich's, Tobi, dann tue ich's. Mit wem? Ähm, mit der Dia Chisplate. Boah. Ah, danke. Sogar direkt von Crafting... Sogar direkt von Crafting-Table getauscht. Läuft. Bei mir. Dezent. Ähm, so, jetzt kann ich auch Spieler töten gehen. Okay, versprochen. Ich krieg's dann noch weniger Knockback, Alter. Ach ja, hier gibt's ja gar keinen Deathmatch. Ich dachte, jetzt fängt Deathmatch an. Aber... Voll viel spectator. Ja, wir sind ja auch fein. Sag dir mal bitte, dass ich... Präbiop... Äh... Oh, halt die Fresse. Mann, darf ich mich nicht feiern? Dafür, dass Flory einmal in seinem Scheißleben kein Glück hat. Dafür, dass ich, bitte... Ja, ne? Tobi, Tobi, tötet den Danke. Ich hab nämlich gerade gegen einen gekämpft. Aua. Gegen so ein richtiges Sackgesicht, ne? Das dann mit dir getauscht wurde. Hast du kein Wasser einmal, du Lappen, Tobi? Aua. Tobi, richtiger Lappen, ne? Schäm dich was. Aua. Tobi, hier ist übrigens der andere, ne? Ah, ich bin so gut wie tot. Ähm, ich auch. Weil der hat ein verzaubertes Tiererschwert und ich nicht. Und du hast ziemlich scheiße gemacht. Tobi, schieß ihn doch ab mit dem Bogen. Bleib mal so laut, Tobi. Oh, er war Zielsucher. Der war Zielsucher? Ja. Hab ich auch nicht gecheckt. Der kam auf einmal, äh, hier, Titi. Bäh. Prämie. Ja. Warum wurde der, äh, warum wurde der auf einmal so schnell erst? Weil der Prämie war. Äh, Zielsucher. Ist der in deine Nähe gekommen, oder was? Nein, ja. Ist der. Och man, das war ja richtig behindert. Äh, den behindert. Ja, ey, Mann. Leute. Äh, Logo, wer ist Logo? Der ist YouTube. Logo. Ja, der ist 20.000. Wo wenig und ich kenne den. Oh, nicht Nilo ist online. Leute, wir sehen ja. Ja, okay, beende deine scheiß Aufnahme und dann los ich dich weg. Beende deine scheiß Aufnahme. Guck mal, okay. Ich hab Feierschuhe. So, Leute, dann vergesst bitte nicht ein Like und ein Abo für diesen Premium. Und wenn ihr, wenn ihr auch ein Premium bei mir mal Likes. So, ich hab jetzt einen Screenshot mit nicht Nilo gemacht. Okay, Leute, also, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so habt, oder uns auch Prämie sponsoren wollt, mhm, äh, schreibt's in den Kommentar. Ich hab noch keinen, Baby. Nein, Leute, also, wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns, äh, liked das Video und schreibt nette Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bappeldecker.